Na, wer hat sich denn da an das GZSZZ verirrt? Richtig gesehen, Schlagersängerin Beatrice Egli posiert hier vor der Soapkulisse des berühmten Mauerwerks. Doch um es mit den Worten eines Fans zu sagen, wer guckt denn bitte aufs Mauerwerk, wenn so eine schöne Frau auf dem Bild ist? In einem lila-orange gestreiften Etui-Kleid macht die 31-Jährige ihrem Ruf als sexy Kurvenqueen nämlich alle Ehre. Der hautenge Schnitt des Dresses und die durchgehenden Längsstreifen hypnotisieren. An ihnen gleiten wir über die atemberaubende Figur der DSDS-Gewinnerin von 2013 herab und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Highlight ist der schwarze Ledergürtel, der sich eng um die Taille der attraktiven Blondine schlingt. Was für ein betörender Anblick. Da gerät das Set der Kultseifenoper doch glatt in den Hintergrund. Doch was macht die Sängerin eigentlich dort? Genau das, was sie am besten kann. Singen. Die Fans sind über ihren Gastauftritt mehr als begeistert. Freu mich sehr drauf. Bin gespannt, was du dort Tolles gezaubert hast. Als GZSZ- und Beatrice-Fan freue ich mich total. Und da wird mein Mann auf alle Fälle mit Freude mitgucken, ist in den Kommentaren zu lesen. Wir können die Euphorie bei diesem sexy Anblick mehr als verstehen.